Moin, wir haben mal wieder ein Lifehack und ich habe gesehen, in diesem Lifehack gibt es einmal eine Spachtelzerstörung und eine Pinselzerstörung. Aber dafür dann saubere Kanten. Danke, ganz einfach, wir sollen das Ding da dran schrauben. Na ja, schauen wir mal. Erstmal hier die Niete raus. Wir probieren jetzt mal hier so die Kante da zu machen, ohne dass die Fliese dreckig wird. Farbe auf den Pinsel geben, pennen wir erst. Geht schon mal nicht so einfach. Dann müsst ihr sehr vorsichtig arbeiten, dass ihr da immer schön an die Kante mit dem Spachtel kommt, dann da wegziehen könnt. Und wenn ihr das an der Raufasertapete macht, werdet ihr immer vom Spachtel Kratzspuren haben. Ich habe ja hier auch, das ist jetzt eine glatte Oberfläche, ja, aber auch bei einer Raufasertapete, immer die kleinen Bubzis, die überstehen, werdet ihr immer mit dem Spachtel einmal abziehen werden. Ich finde es nicht so cool. Ich gebe dem 4 von 10 Punkten und habe auch hier trotzdem die Wand erwischt, trotz Spachtels. Und man muss gucken, dass die Rückseite vom Spachtel immer sauber ist. Klebt sauber ab, funktioniert besser. Ciao!